Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video im Nachhinein. Nach dem wir gleich aufklären sind mit dabei ist Kevin. Ich packe mal seinen Namen in die Videobeschreibung. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ja! So. Bibi Bibi. Das ist die ganze Tausendung. Bibi Bibi Bibi. Einmal habe ich auf meinem Account 75 Pokale bekommen. Und komm und gleich in die L Singh. Das wird hier noch ein gutes Zeugner. Ich hab das vor gesagt. Bei einer Linke ab Reinhard, McLeun und den Tömmels und den werden. Und ich was am Korte und mit dem. Die Halt und den für. Er Bueno und Ihren Lä LA-Bibi. Deshalb ist die Flösten und die Flöndstu. Aber wie nenne ich erst aus der Kaseine und die Odexir-Sommer. So viel Zeit doch. Hm? Und wenn sie jetzt schlau sind, naturlisch und reich schau? Und da sind keine schau. Aber egal, die Klinge, die haupt sich ab, ne? Da krieg ich schon viel kalt. Denn ich war nämlich bleib. Hm. Ja. Jetzt kommt wieder die Bauten von mir aus. Ja. Es sind Schlau dabei. Ja. Auch zwei Schlau von der anderen Gruppe. Da steht hier nichts mehr weg. Ja. Und ich glaube, ich werde jetzt hier auch einen Cut machen. Wenn der Kampf zu Ende ist, dann packt auf. Also bis gleich. Ja. 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 Guck da doch mal. Nachrichten. Ich war nachrichten. Der Rückschritt über Kürri. Ja. Wie der eine Barbada immer noch auf die Mauer schlägt. Komm her, Mauer, ich zeig dir, was Kampen ist. Aber auch. Jetzt dann. Tod. 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 Ja, du wolltest ausgeschlossen. Ach, was hab ich denn jetzt schon wieder gemerkt? Du wolltest das Ding hier angeworfen. Jumper. Was bedeutet das? Es war, wenn du nur reinkommst. Wenn du einfach reinkommst, dann einfach rausgehen und dann senzen, und dann später rausgehen. Das ist ein Schiff. Ich schaff es nicht mehr. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Nein, das ist ein Schiff. Oh, so... Schiff. Ja, das ist ein Schiff. Wow. Oh, das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Aber jetzt. Wird das Spiel nicht zu lang für dein zweites Spiel erst mal? Naja, schaff ich. Ähm... Ja, okay. Ich... Ich möchte sagen, dass wir auch in dem Video. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.